Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC. Ich möchte ein bisschen über Transfer sprechen, über unsere aktuelle finanzielle Lage und auch darüber, dass Hertha BSC wohl durch Ablösung und einer möglichen Prämie wegen der WM einiges an Geld bekommen wird. Und ich möchte ein bisschen über unsere Jugend sprechen und auch über Yigashi, der ja zum FC Bayern München gewechselt ist. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir über die erste Mal des Tages und sprechen wir nochmal ganz kurz über Dong Zhongli. Wir wissen es, Dong Zhongli wird in diesem Winter den Verein verlassen und laut Bild erhält Hertha BSC dafür eine Ablösung und zwar eine Ablösung rund von 700.000 Euro. Und das ist also nahezu genau das, was wir für ihn bezahlt haben. Das heißt, damit wäre es abgesehen von dem Gehalt ein 0 zu 0 Geschäft. Das heißt ein Plus-Minus-Geschäft, wir haben jetzt nicht mehr verdient, aber wir haben jetzt auch einen riesen Verlust gemacht. Und wenn es so verläuft, ganz ehrlich, dann bin ich zufrieden damit. Dong Zhongli bei uns war wirklich, ich möchte nicht sagen eine Enttäuschung, aber ich war schon enttäuscht von seiner Leistung. Mit 25 Jahren habe ich auch einfach mehr von ihm erwartet und er wurde bei uns auf den Flügeln geholt, um dort so ein bisschen Tempo in unser Spiel zu integrieren. Aber er war einfach nicht in der Lage, um ihn in der Bundesliga zu überzeugen. Deswegen finde ich es auch richtig, dass er wechselt. Sportlich hatte er bei uns einfach keine Perspektive. Auf der Flügelposition war Richter, war Lüke Bakkyo, war Iyuki, war Schernd. Allesamt standen vor ihm und wäre in Sona auch mal langsam fit geworden, würde auch in Sona vor ihm stehen. Und insgesamt macht es für mich keinen Sinn, dass wir weiter mit Dong Zhongli arbeiten. Wir haben gesehen, er hat kein Bundesliga-Format. Und das Scouting verlief in diesem Fall wirklich nicht optimal. Es gibt ja das Gerücht, dass es möglicherweise ein Sponsortransfer war. Ich weiß nicht, was daran so wahr ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber Dong Zhongli, dass der jetzt wechselt, das ist genau das Richtige. Er braucht einen Verein in Südkorea, sage ich mal auch, wo die Liga eine andere Spielweise hat, wo er sein Tempo ausspielen kann, wo er auch mit seinem Körper mehr arbeiten kann. Weil die Bundesliga, dafür war er einfach noch lange nicht bereit und er war auch rein physisch nicht als Bundesligaspieler geeignet. Ich verstehe einfach nicht, was Fredi Bobic oder was Dirk Duffmann an ihm gesehen hat, dass man ihn im letzten Winter, das heißt damals in der vergangenen Saison, wo wir wirklich extreme Probleme hatten auf den Flügeln, dass wir ihn als Lösung geholt haben. Ich verstehe es nicht, was dort gesehen worden ist und es war für mich wirklich ein gefährlicher Transfer. Aber jetzt nach vier Bundesligeeinsätzen in einem Jahr muss man einen Schlussstrich setzen, sodass Dong Zhongli wieder zurück wechselt. Und wie gesagt, ich finde es gut. 700.000 Euro. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich nochmal melde, sollte etwas über die Ablösesumme online gehen und das ist es jetzt soweit. 700.000 Euro für Dong Zhongli. Ganz ehrlich, damit kommen wir noch halbwegs gut weg. Ich glaube eigentlich, dass er nicht so einen hohen Marktwert hat, aber wahrscheinlich in Südkorea wird er höchstwahrscheinlich auch wieder aufblühen. Und das kann ich mir erwarten. Sind wir ehrlich, er ist 1,73 Meter groß und in der Bundesliga konnte er sich einfach nicht durchsetzen. Aber ich wünsche ihm viel, viel Glück in Südkorea. Was man dazu eben auch einmal festhalten muss, Südkorea ist ja ein Land, in dem die Spieler, sage ich mal, den Militärdienst ableisten müssen. Das heißt, Spieler bis, ich glaube, 29 oder 30 Jahre alt, muss jeder Spieler, egal ob Fußball oder nicht, einen Militärdienst ableisten. Und möglicherweise könnte das eben auch noch eine Rolle spielen. Ich weiß, Dong Zhongli ist erst 25, aber ja, als Südkoreaner bietet es sich natürlich an, den Militärdienst bei einem Verein zu absolvieren, wenn man in Südkorea ist. Und vielleicht könnte das auch noch so eine kleine, nur eine kleine Rolle bei diesem Wechsel spielen. Ich glaube, wenn er bei Hertha BSC bis 29 spielt, dann wird er den Militärdienst nur schwer abhalten. Und ich glaube, es gibt eine Ausnahmeregelung, deswegen bin ich mir da recht unsicher, dass ja gewisse Spieler, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen, auch ein bisschen länger Zeit haben, den Militärdienst abzuleisten. Aber vielleicht spielt das auch noch eine kleine Rolle bei dem Wechsel. Aber diese 700.000 Euro, da hat Bubi schon mal gut was rausgehandelt. Trotzdem, ich finde solche Risikotransfers, das heißt Dong Zhongli in Sona, die kann man machen, aber wichtig ist es, dass wir hinten noch mehr Lösungen haben. Ich finde es nicht schlimm, dass wir jetzt 700.000 Euro als Experiment für Li oder in Sona ausgehen. Und das finde ich keinesfalls schlimm. Aber wenn wir keine qualitativen Lösungen hinter denen haben, dann haben wir wirklich Probleme. Stellt euch vor, wir hätten Lüge Backe verkauft und würden jetzt mit Li und in Sona in die Saison gehen. Dann würden wir jetzt ganz schön alt aussehen und zwar richtig alt. Das heißt, eigentlich bin ich von diesen bisherigen risikofreien Transfers, wo wir wenig Geld ausgeben, nicht überzeugt. Auch wenn es jetzt bei August und Rogel, für den wir auch nur 500.000 Euro ausgeben haben, gut funktioniert. Das heißt, die Transfers können funktionieren mit unbekannten Spielern aus unbekannten Ligen für wenig Geld. Aber es kann halt eben auch ein kompletter Schuss in den Ofen sein, wie halt eben Dong Zhongli. Dennoch, ich hoffe, dass er bei John Book Hyundai Motors absolut überzeugen kann. Ich bin mir auch sicher, in Südkorea, da wird er das wieder reißen. Nun gut, soviel zu meinen Worten zu Dong Zhongli. Wünschen wir Ihnen alle viel, viel Glück. Gott sei Dank, man sagt ja Gott sei Dank, bei uns würde er nämlich keine Rolle mehr spielen. Dann ist das Kapitel Hertha BSC für ihn beendet und ich glaube, das Ding wird so eine Nummer sein, dass wir so in zwei, drei Jahren sagen, wisst ihr noch, als der Lieber uns gespielt hat. Also ein Transfer, wo man wirklich überhaupt keinen Nutzen von gesehen hat. Und joa, soviel erstmal dazu. Sprechen wir jetzt über die zweite Mal des Tages. Achso, ja, übrigens, abonniert doch gerne diesen Kanal. Und machen Zukunft nichts mehr über die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und liked doch gerne dieses Video, sollte es euch gefallen. Und jetzt sprechen wir über die zweite Thematik des Tages. Und zwar wissen wir ja, Hertha BSC steckt in Geldnot. Und die WM könnte vielleicht auch ein paar Vorteile für Hertha BSC mit sich bringen. Und zwar ist es ja so, dass verschiedene Vereine und so auch Hertha BSC WM-Spieler gestellt haben. Hertha BSC war nur ein einziger WM-Fahrer und zwar Oliver Christensen. Oliver Christensen ist für Dänemark als Nummer zwei mit zur WM gefahren. Wir wissen aber, Oliver Christensen hat jetzt da nicht so viel gespielt, weil eben Kaspar Schmeich die absolute Nummer eins war. Aber trotzdem gibt es eine Regelung, die besagt, dass die FIFA Geld für die Profi zahlt, die bei der WM abgestellt werden. Und interessanterweise zahlt die FIFA jedem Klub, der Profis zur WM abstellt, rund 9.400 Euro pro WM-Tag. Das heißt, desto weiter die Spieler kommen, desto mehr Geld bekommt Hertha BSC. Wir wissen, Christensen ist leider recht früh ausgeschieden, aber trotzdem gibt es eine besondere Regelung. Und zwar diese Regelung besagt, dass man Geld bekommt für Spieler, die rund zwei Jahre auch vor der WM spielberechtigt waren für diesen Verein. Das heißt, wir kassieren für vier weitere WM-Fahrer ein bisschen Geld, die halt eben bis vor zwei Jahren noch Teil unseres Vereines waren und somit ausgebildet worden sind für diese WM. Das heißt, wer bei uns registriert war und für Hertha BSC auch gespielt hat. Das heißt, für Oliver Christensen als ein unserer WM-Fahrer haben wir rund 113.000 Euro bekommen. Nimmt man mit, ne? Nimmt man absolut mit. Dann haben wir Christoph Pjontek, der hat eben, wie gesagt, in der vergangenen Saison für Hertha BSC gespielt hat, eben auch als WM-Fahrer registriert. Und für ihn kassieren wir 69.000 Euro. Nemanja Radonjic, ey, ich sehe wie gesagt, Nemanja Radonjic würde ich gerne bei Hertha BSC sehen, aber er war mit Serbien in der WM unterwegs und für ihn kassieren wir rund 30.000 Euro. Dafür hat er eben auch noch einen ins Achtelfinale geschafft und zwar Matthew Lecky. Matthew Lecky hat es ähnlich wie Polen mit Australien ins Achtelfinale geschafft und für ihn kassieren wir wohl auch bis zu 69.000 Euro. Und jetzt wird es etwas besonders. Wir haben noch einen weiteren WM-Fahrer, der in der vorvorletzten Saison, das heißt, ne, in der vorletzten Saison für uns gespielt hat, und zwar geht es um Matteo Gendouzi. Matteo Gendouzi, einige haben es schon vergessen, aber er war tatsächlich mal auf Leihbasis bei uns im Verein, hat im Finale nicht für Frankreich gespielt, hat dennoch eine wichtige WM-Rolle übernommen. Und durch die Finalteilnahme der Franzosen konnten wir auch für Matteo Gendouzi rund 116.000 Euro kriegen. Und das ist doch recht gut, das heißt, insgesamt, so berichtet die BILD, sind es wohl 400.000 Euro, die Hertha BSC bekommt. Und ja, können wir mitnehmen. Weiß ich nicht, ob es jetzt eine richtige News wert ist, aber das ist vielleicht Geld, was denn doch am Ende den einen oder anderen Euro ausmacht. Und sprechen wir über die letzte Mal des Tages, und zwar habe ich ja schon bereits im Intro angekündigt, dass ich auch nochmal über Yigashi sprechen möchte. Yigashi ist ein Torjäger, der noch in der vergangenen Saison in der Jugend von Hertha BSC gespielt hat, in der U14, U15, U16, war für Hertha BSC aktiv, erst 14 Jahre alt, also extrem jung. Und wir wissen, es gab monatelang Verhandlungen, ob er möglicherweise zu Bayern wechselt oder eben nicht. Und es ist jetzt, wie gesagt, schon bereits länger bekannt, er spielt für den FC Bayern München. Wir haben für ihn, für einen 14-Jährigen, eine Ablösesumme von rund 90.000 Euro bekommen und dazu noch einen Bonus von rund 30.000 Euro, wenn er die diversen Nachwuchsteams durchläuft. Das heißt, U16, U17, U18 und U19, wenn er das alles durchläuft, dann kriegen wir nochmal 30.000 Euro umdrauf. Aber, Gashi könnte auch 30 Bundesliga-Spiele für Hertha machen und dann gibt es eine nette Kause. Und zwar hat Bobic eine Kause eingebaut, die besagt, dass wir, wenn Gashi 30 Spiele für Bayern in der Bundesliga macht, was, glaube ich, recht unwahrscheinlich ist, dann kriegt Hertha sogar 500.000 Euro. Und wisst ihr, was das Interessante ist? In der U15 hat Gashi für Bayern in 8 Spielen 9 Tore gemacht. Er ist dort absoluter, sage ich mal, Torgerant und einer der auffälligen Jugendspieler, die auch die Bayern-Ultras bzw. Bosse auch absolut, sage ich mal, schon ins Auge greifen. Ich glaube, er könnte recht interessant sein und auch tatsächlich dort eine langfristige Rolle spielen. Aber wir wissen es, für mich immer noch, warum ist er zu den Bayern gewechselt? Ich glaube nicht, dass er dort eine bessere Perspektive hat als bei Hertha BSC. Deswegen macht dieser Wechsel keinen Sinn. Und auch für einen 14-Jährigen eine Ablösung zu bezahlen, das macht mich einfach nur sauer. Ich meine, es ist ein 14-jähriger Berliner, warum verfrachtet man den nach München, um dann am Ende ihn vielleicht doch wieder nach Österreich auszuleihen? Also, naja, es ist für mich eigentlich eher sinnlos, aber zwecklos. Ich finde es, wie gesagt, schade, dass wir unseren Top-Jugendspieler, unsere absoluten Top-Talente nicht halten können. Und das, obwohl wir immer und immer mehr investieren. Aber wer weiß, vielleicht geht auch sein Weg beim FC Bayern München und wird mit denen Deutscher Meister. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, bei seinem Talent, was er jetzt auch bei Bayern München unter Beweis stellt, seine absolute Torgefälligkeit, seine Art und Weise, wie er im Sturm spielt, als extrem bulliger Stoßstürmer. Ja, wer weiß, vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass er für den FC Bayern München spielen kann. Aber die Konkurrenz im Sturm, wie will er da spielen? Hm, naja, gut. Wer weiß, vielleicht kommt ein dicker Nachschlag, wenn er, wie gesagt, eben 30 Spiele für Bayern in der Bundesliga macht. Aber da sind wir ehrlich, das wird es nicht geben. Um mal die ganze Gatsch-Thematik aber eben auch abzuarbeiten. Er ist jetzt bei Bayern München in der Vertrag. Ich glaube, darüber hatte ich noch gar nicht insgesamt berichtet. Das jetzt eben auch nochmal als Nachschlag zum Sommer-Transferfenster. So, okay. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne einen Like da. Vergesst dich, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft Dixon und die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgens wieder in einem neuen Video oder im Livestream wieder. Bis dahin, wirklich genießt diesen Abend. Und hier in der Endcard könnt ihr euch noch einen Steinblock von mir anschauen, wo ich beim Spiel gegen den FC Schalke 04 da war, wo ein fantastisches Last-Minute-Tor gefallen ist. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns und tschüss.